So Freunde, es geht los. Heute ist der 1. Dezember. Wir starten mit einem neuen Projekt und zwar haben wir uns was ganz besonderes für euch einfallen lassen, nämlich einen Adventskalender. Jeden Tag gibt es jetzt ein neues Türchen und sobald ihr das Türchen aufmacht, sind wir beide zu sehen. Oh Gott. Sind wir beide zu sehen. Und es geht um ganz viele coole Themen, die ihr euch schon immer gewünscht habt. Ihr schreibt mir immer ganz, ganz viele Nachrichten bei Instagram, bei YouTube und so weiter. Und eine Sache habt ihr immer ganz besonders häufig geschrieben, nämlich, dass ihr gerne mal einen Rettungswagen von innen sehen wollt. Was ist in einem Rettungswagen eigentlich so alles drin? Was gibt es da so für Produkte? Mit was wird gerettet? Wie sieht das Ganze aus? All das haben wir schon für euch gedreht und das erfahrt ihr in jedem der einzelnen Adventskalender-Türchen. Stimmt's? Das ist richtig. Hat es dir Spaß gemacht zu drehen? Ja. Wir hatten richtig, richtig viel Spaß dabei. Und ihr bestimmt auch beim Angucken. Was bestimmen die denn? Spaß. Okay. Beim Angucken. Hä? Was bestimmen die denn? Du hast gesagt, ihr bestimmt auch bei euch. Ich habe gesagt, und ihr hoffen, ihr bestimmt auch. Bestimmt auch. Okay, also ihr bestimmt auch. Was bestimmen die denn? Hä? Ja, ihr bestimmt auch Spaß beim Angucken. Ihr habt bestimmt. Ihr bestimmt auch Spaß beim Angucken. Wo ist das Verb? Ach, Philipp. Okay, also. Beim Angucken ist ein Verb. Oder ist es das Dativ-Objekt? Das ist das Akkusativ-Objekt. Nein, Akkusativ ist dis. Dis. Okay. Also, Freunde. Und zwar. Das schneiden wir raus. Ja, definitiv. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Jeden Tag kommt jetzt ein neues Adventskalender-Türchen. Das geht so auf. Genau für euch. Und dann sind wir zu sehen in verschiedenen Rettungsdienstfahrzeugen. Manche machen auch noch eine kleine Aktion. Und zusätzlich kommen dezentmal noch immer wieder Daily Vlogs von uns, weil ihr euch die so doll gewünscht habt. Stimmt's, Garg? Stimmt. So, sieht es nämlich aus. In diesem Sinne, seid auf alle Fälle gespannt. Das ist das erste Video, das erste Türchen, was geöffnet wurde. Also, noch 24 Türchen. Dann ist Weihnachten. Und da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Garg, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Ich hab doch alles so. Schöne Familie, Bruder, der so aussieht wie ich. Stimmt. Also, wir sehen uns ja schon so ein bisschen ähnlich, muss ich sagen, oder? Stimmt mal ab, ob wir uns ähnlich sehen, ob wir uns nicht ähnlich sehen. Philipp, hör jetzt auf meine Abstimmung. Ich werd sauer. Ich hatte so Abstand. Okay, Freunde, also es sieht so aus. Jeden Tag kommt ein neues Türchen online, jeden Tag öffnet sich ein Türchen und wir sind dann zu sehen in einem RTW, in einem Rettungswagen, so wie ihr es euch gewünscht habt. Wir freuen uns ganz besonders drauf. Du auch gerade? Ja. In diesem Sinne, euch noch einen wunderschönen Tag. Schaut auf Instagram bei meiner Schwester vorbei, schaut bei mir auf Instagram vorbei. Ich bleibe mal einen Link ein. Jetzt erst ich, erst du. Und dann du? Nein, erst du. Okay. Und dann ich? Psch. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, die Klingel anzumachen. Und ihr könnt mal schreiben. Glocke anzumachen. Glocke. Und ihr könnt mal schreiben im Laufe der Videos, weil wir filmen mit verschiedenen Objektiven, weil wir haben noch nicht so das perfekte Objektiv gefunden. Also ihr könnt mal schreiben, welche Perspektive euch am besten gefällt, weiter weg, oder welches Video einfach die beste, für euch beste Qualität hat, oder? Ja, Qualität ist immer gleich, es kommt so ein bisschen auf die Perspektive an. Ja, Perspektive. Also wir haben verschiedene Objektive so ein bisschen zur Auswahl. Wir haben da auch ganz gute Hilfe von dem Artus bekommen. Kennst du den eigentlich? Nein. Okay, dann zeige ich dir den mal. Der hat es mir nämlich noch geschrieben. Der hat es mir 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 noch geschrieben. Das ist der IP. Nein, glaube nicht. Liebe Grüße auch an dich. Vielen Dank für deine gute Unterstützung bei der Flocking-Kamera-Auswahl. Wir haben uns noch eine Flocking-Kamera zugelegt, gekauft. Und da wusste ich nicht so genau, welche man da am besten nimmt und so weiter. Da wurde ich ganz gut beraten. Also vielen Dank nochmal an dich. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder zum zweiten Türchen. Abonniert, aktiviert die Glocke und denkt dran, kein Türchen verpasst. Ab morgen wird es richtig spannend. Seid jeden Tag dabei. Denn wir sind nämlich schon ab morgen im Rettungswagen. Stimmt's? Ja. Freunde, wir sehen uns morgen. Ciao.